Hallo, mein Name ist Marion Jung. Ich bin Dozentin bei den Paracelsus-Schulen und möchte Ihnen heute gern mein Seminar Work-Life-Balance vorstellen. In dem Seminar lernen Sie, die berufliche Beanspruchung kennenzulernen und einen Ausgleich herzustellen zwischen dem und Ihrem persönlichen Leben. Sie lernen, Ihre Ressourcen und Kraftquellen bewusster wahrzunehmen. Sie erwecken für sich die Gefühle für das, was wesentlich ist. Sie gestalten sich Freiräume, in denen Sie Ihre persönlichen Bedürfnisse leben können. Und Sie überprüfen Ihre Leistungspotenziale und entdecken dabei vielleicht auch noch neue. Nach kurzen theoretischen Inputs erarbeiten Sie sich Ihre persönliche eigene Work-Life-Balance mithilfe von Eigenreflexionen, mit praktischen Übungen und auch im Arbeiten in kleinen Gruppen. Dieses Seminar richtet sich nicht nur an Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen, Therapeuten, Therapeutinnen. Es ist offen für alle interessierte Menschen, die sich und auch in ihrem Bekannten und Freundeskreis oder anderen Menschen etwas Gutes tun wollen. Nach meinem Studium der Neurowissenschaften arbeitete ich viele Jahre in der biomedizinischen Forschung, bevor ich Psychologie anfing zu studieren. Als psychologische Beraterin für Stress- und Burnoutprävention, systemische Coach und Mentorin begleite ich nun seit sehr vielen Jahren Menschen auch in dem Bereich der Work-Life-Balance. Erfahrungen in Work-Life-Balance können dazu verhelfen, eine zufriedenstellendere Lebensgestaltung herzustellen. Es würde mich freuen, Sie in meinem Seminar begrüßen zu dürfen.